Mit unserem Re-Man Core System stellen wir sicher, dass der Re-Man Zyklus am Laufen bleibt und haben somit die Versorgung mit Originalteilen gewährleistet. Um den Re-Man Zyklus am Leben zu halten, benötigen wir die Teile aus dem Feld. Um den Anreiz von den Kunden zu schaffen, verkaufen wir unsere Teile daher mit Pfand. Der Kunde hat nun die Möglichkeit, seinen Pfandanspruch einzulösen und uns seinen Teil zurückzugeben und somit einen attraktiven Preis zu erreichen. Um die Aufwände bei den Kunden gering zu halten, haben wir hier das TCMS entwickelt, ein eigens dafür konzipiertes System, um die Aufwände bei den Kunden möglichst gering zu halten und die Rückführung der Komponenten einfach zu halten. Die Bestandteile des TCMS sind ein Kundenzugang, wo er seine Rückgabeberechtigungen sieht, sich dementsprechend die Rücklieferpapiere besorgen und ausdrucken kann und uns so auf einem einfachen Weg seine Teile zurückgeben kann. Untertitelung des ZDF, 2020